Lasst uns gemeinsam beten. Vater, lass mich meinen Geist wandeln für die Auferstehung jetzt, für die Hingabe an dich, für das Heil der Welt. Ich bin kein Körper. Ich bin freier, reiner, unendlicher Geist, aus deiner Freude erschaffen. Deine Liebe, dein Frieden sind mir genau hier und jetzt gegeben. Möge ich mir selbst in Liebe begegnen. Vater, ich bin deine Ausdehnung. Du wirkst durch mich. Ich will mich nur an dich erinnern. Du bist das Mittel. Du bist mein Nährboden, auf dem ich gehe, auf dem ich stehe. Du bist mein Licht, mein heiliges Zuhause. Der Himmel in mir. Tiefster Dank dir, du ewig liebender und geliebter Vater. Amen. Ich bin kein Körper. Ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf.